Hey Freunde, heute soll eigentlich die Kommentarshow kommen und bevor wir aber loslegen, wollte ich euch einen kleinen Zaubertrick zeigen mit diesem Stativ hier, mit dem ich auch den Holiday filme und auch die Kommentarshow auch filmen möchte. Schaut genau hin, ich zeige euch jetzt einen Zaubertrick. Pass auf. Uh, 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 oh, hast du gesehen? Zauberei. Moment mal, oh nein, jetzt ist das Stativ kaputt gegangen, mit dem ich eigentlich die Kommentarshow drehen möchte. Was jetzt? Oh nein. Ja Freunde, das Ding ist kaputt gegangen, vorhin einfach so umgefallen, beim Aufräumen und ist abgebrochen. Das ist Qualität, ja, ist das erste Mal runtergefallen. Ja, das Problem ist jetzt, ich habe nichts geeignetes, wo ich das irgendwie drehen kann und ich muss irgendwie so ein Stativ haben. TGN wird mir da eins sponsern, was ziemlich nett ist von denen. Das wird dann die nächsten Tage ankommen, ich hoffe noch vor Sonntag, damit ich den Holiday wenigstens drehen kann. Jetzt fällt es leider aus, das heißt, wir müssen es verschieben. Vielleicht werde ich es dann am Freitag oder so machen und vielleicht auch erst nächste Woche. Tut mir leid auf jeden Fall, das Schicksal hat entschieden, dass es nicht kommt. Ich könnte es auch irgendwie kleben mit Kaugummis oder sowas. Naja, warum ich übrigens so leicht geschminkt bin, ich wollte mal was Neues probieren. Ich habe da so Fernsehserien geguckt und Schminktipps und das steht mir einfach, das betont meine Augen. Ne, ich werde ein neues Projekt starten, wofür das hier ziemlich wichtig ist. Seid gespannt, das kommt wahrscheinlich morgen. Ich warte noch auf jemand anderes, auf einen anderen Bro. So, das war es von mir, tut mir leid. Wir sehen uns dann demnächst wieder. Tschüss! Tschüss!